Die kommen, die kommen, die kommen, Leute. Oh, Leute, die kommen, Leute. Oh, Leute, die kommen, Leute, ja. Oh, Leute, die kommen, ja. Nein, Leute. Nein, Leute. Boah, die haben übertrieben, Leute, ja. Die haben Boxern schwelle 6x5, ja. Oh, die haben auseinandergenommen, ja. Ah, Mude, Kiosk, danke, Kibra, danke, nein. Vorbei, Alter, vorbei. Vorbei, das ist zu viel, Alter. Das war zu viel, Alter, ja. Die haben extra gewartet, Leute, ja, Wallah. Leute, alle, Kibra, Luis, Yannis, Laura folgen. Hamude, danke, danke, Anil. Und danke sehr an Toni, den Ehrenmann. Kibra muss sie auch folgen, Wallah. Danke, Kibra, sehr vom Herzen. Nein, Alter, nein, 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 nein. Was haben die mit uns gemacht, Wallah, ja. Leute, alle, die da sind, Kryptos, wissen, mein Bruder. Ich küsse dein Herz, du Ehrenmann. Hol dir Abtos und Sui. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Leute, an Türkmen, Wallah, Billah. Ja, Barelo. Bruder, mach das jetzt. Gibst du mir eine Chance? Nein, Wallah, mach jetzt, Wallah. Mach bitte. Bitte. Wallah. Ich hätte, Bruder, ein Bekele hat letztes verloren, der hat gegessen. Jetzt mach auch, bitte. Aber gibst du mir eine Chance, Wallah, weil ich, ich bin wirklich empfindlich bei sowas. Bei Allah, ich bin empfindlich. Wallah, ich auch. Hätte ich verloren, ich hätte auch machen müssen. Es jetzt, bitte. Weiß, aber ich sag, du. Nein, nein, Türkmen sagt, Bruder, mein Supporter Türkmen, der am meisten geschossen. Wallah, er hat, guck mal. Ich sehe das hier oben, er hat 300k geschossen. Er sagt, nein. Wallah, Barelo, bitte. Mach das jetzt. Egal, aus Respekt zu ihm. Ich mach, Wallah. Wallah, ich mach. Du hast Wallah gesagt, ne? Ja, Wallah. Hä, Junge, der hat viel gespendet, Alter. Die spenden kein Dings, die spenden echtes Geld, Wallah. Türkmen, ich küsse dein Herz. Adiz, Adiz, vielen, vielen Dank. Agrongashi, Dankeschön. Gashi 1, Crypto Swiss. Parfüm Plaza, Agron. Alle, die da waren, vielen, vielen Dank. Jetzt mir das Kisternetz. Jetzt mir, Dankeschön. Danke, Leute. Warte, ich mach das auf und alles. Warte. Oh, das wird zu ekelhaft jetzt. Das wird zu ekelhaft. Leute, der muss diesen Stinkefisch essen. Und für die, die noch nicht folgen, macht alle das Plus weg. Ich folge jedem zurück. Ich schließe alle Namen vor. Mir, danke fürs Folgen. Kiosk, danke. Ey, weißt, was Türkmen sagt? Was? Wo ist Toni? Du bist so ein Boot. Oh Allah, ich schwöre, Türkmen, alleine wegen diesem Toni, das hat mich so gefreut. Dieser Toni war so frech letztens. Ich bin der Tonis King, Alter. Sei mal leise, Wunder. King von hinten. Barello, du wirst alleine vom Geruch, wirst du nur kotzen, schon. Boah, das ist doch ekelhaft. Aber Wallah, Respekt, dass er das durchzieht, Leute. Ey, sag Wallah, du würdest auch essen, sag Wallah. Ich schwöre bei Allah, ich würd essen. Natürlich, Junge. Denkst du, ich verliere hier und geh raus, oder was? Ich hab das letztens auch bei Beke in den Mund genommen. Türkmen, Türkmen, was ist los, Türkmen? Türkmen, du hast Momo geschrieben, Bruder. Türkmen, sag, was ist los? Ich hab die ganze Zeit auf Barello geguckt, Leute. Türkmen, erzähl. Hey, Momo, wie macht man das? Bruder, du musst das so draufdrücken und dann drehen. Türkmen, ich warte auf deinen Kommentar, Bruder. Niemals, Türkmen, Wallah, niemals bist du das. Niemals bist du das, Türkmen, niemals bist du das. Ey, es stinkt. Es stinkt. Ich weiß, es stinkt richtig. Sag Wallah, du bist das, Türkmen. Sag Wallah, du bist das, Türkmen. Ey, wie kann ich das öffnen? Leute, wisst ihr, wisst ihr, wer da ist, was er geschrieben hat? Ey, wie kann ich das öffnen? Mach das auf mit deinen Dosenöffner, los. Wallah, geht nicht. Doch, du hast das grad ein bisschen aufgemacht. Türkmen, bist du das wirklich? Ich seh kein Kommentar mehr von ihm. Aber Wallah, wenn das der ist, ihr wisst, Leute, wer ist er. Nein, aber ich kann das nicht glauben. Warum? Türkmen, nimm bitte mein Abonnement an, mein Follow, ich schreib dir gleich. Okay. Ey, Wallah, geht nicht auf, ja. Leute, Leute, wisst ihr, wer Türkmen ist? Leute, wisst ihr, wer Türkmen ist? Barello! Wer? Weißt du, wer Türkmen ist? Wer denn, wer? Wallah, Billah, er hat mir grad geschrieben, es ist Abo-Rotschild mit anderer Account. Er hat das auch gerade hier kommentiert gehabt. Bruder, das geht doch nicht auf, wie mach ich das auf? Dann nimm ein Messer einfach, dann nimm ein Messer. Leute, der kann das nicht tauschen. So was kann man nicht tauschen. Das ist in der Dose drin. Das kann man nicht tauschen. Leute, es ist einfach Abo-Rotschild, Leute. Wer kennt noch Abo-Rotschild von damals, die Zeiten? Es ist einfach Abo-Rotschild, Leute. Leute, man kann es nicht tauschen. Das ist eine geschlossene Dose. So was kann man nicht tauschen, Leute. So was kann man nicht tauschen. Wie soll man eine geschlossene Dose tauschen? Wallah, Abo-Rotschild einfach in the house. Wallah, Abo-Rotschild ist einfach in the house. Einfach Abo-Rotschild ist in the house. Küsst dein Herz, mein Bruder. Vielen, vielen Dank. Dreh weiter, dreh weiter. Ey, es stinkt aber, ja. Wallah, es stinkt. Ja, Bruder, Pech gehabt. Natürlich stinkt das. Natürlich stinkt das. Natürlich stinkt das. Was hast du erwartet? Was hast du erwartet? Ich dachte, es stinkt nochmal. Ja, Wallah. Ich kann nicht mehr, bitte. Bitte, Mann, verzeih mir. Ja, bitte. Wallah, du musst es aufmachen. Wallah, du musst essen. Ein Stück, Wallah, du musst. Leute, ich schwöre, hier hat gerade jemand geschrieben, ist Abo-Rotschild stärker als Serperkut. Barello kennt auch Abo-Rotschild. Wallah, Abo-Rotschild ist der stärkste. Nein. Was labert du da? Nein. Wallah, Abo-Rotschild ist der stärkste, der jemals war auf TikTok live. Von allen Supportern und das weißt du auch. Wallah, nein. Ich schwöre, Junge, auch wenn Serperkut dieser Fußballer ist, ich schwöre, Abo-Rotschild ballert den weg. Ich sage dir eins, Wallah. Papa, also Bosnia und Serperkut sind stärker, Wallah. Niemals, Wallah, niemals. Ey, komm mal her, mach mal die Dose im Bild. Lass die mal im Bild. Junge, wegen... Lass die im Bild, da passiert nichts, wenn du mit Messer aufmachst. Du wirst nicht gesperrt dafür. Ja, die Leute wollen, dass das im Bild bleibt. Die wollen, dass das im Bild bleibt. Genau, einfach... Geh doch mal nicht auf. Junge, meine Finger tun weh, ja? Wallah, die Leute, seit wann weißt du nicht, wie man einen Dosenöffner benutzt? Junge, ich hab doch nicht Dosen geöffnet, bist du krank, Alter? Ich bin übertrieben, Leute, der Geruch ist so ekelhaft. Der Geruch ist so ekelhaft, Leute, ich schwöre. Ich schwöre, der Geruch ist so... Wenn man das nur riecht, man kotzt. Ich musste das letztens aufmachen, Leute. Wenn man das nur riecht, muss man kotzen. Das ist so ekelhaft, vertraut mir, Leute. Nur wenn ihr das riecht, ne? Ich schwöre, ihr fängt an zu kotzen. Jeder einzelne. Das riecht nach verfaulten Eiern mit Fisch und mit... Das riecht nach Bekir. Schlimmer sogar als Bekir. Leute, er isst einen Fisch davon. Einen muss er davon essen. Ohne Saft trinken, Leute. Übertreibt nicht. Wer Saft trinkt, alter, der kotzt alles aus. Komm hier, aufmacht bitte. Das riecht nach Bekir. 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 Geh doch mal auf, Junge, du Titsch, Alter. Geh mal auf. Auf. Geh doch mal auf, Junge, du. Barello, ist deine Schwester oder so da? Nein, meine Mutter auch nicht. Weil die wissen bestimmt, wie man diese Dosenöffner benutzt. Nein. Schneid's nur, schneid's so, als ob du Baguette schneidest. So zack, 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 zack. Genau. Genau, mach so, genau. Schneide bitte, Pitsch, dich, ja? Komm mal her, du Pitsch, Alter. Was ein Pitschpisch, Alter, ja? Die Sterne, oh. Hast du eine Zange? Nimm doch eine Zange. Was ist Zange? Diese, wo man so, so, du weißt, was Zange ist? Danke, Pitsch, danke für die Erklärung. Diese, die so, die so... Diese, wo man so drückt, diese... Jetzt, jetzt, jetzt hast du's, jetzt hast du's gleich, du hast das gleich. Jetzt, jetzt, jetzt hast du auf, jetzt, Junge, endlich. Hast du eine Flexmaschine, womit man Tresore aufmacht? Vielleicht, damit. Ey, wie krieg ich das auf jetzt am besten? Ja, ziehen. Mit drücken? Ja, irgendwie so, genau. Einfach hochdrücken. Und dann nimmst du ein Stück einfach so raus. Oder mach so auf Teller, mach auf Teller einfach. Das stinkt so sehr, Leute, das stinkt so sehr. Kann man diese Teller, muss man den Teller dann wegschmeißen? Oder kann man waschen? Nein, kann man waschen, Junge. Aber das stinkt so sehr, Leute. Oh, ekelhaft. Komm, wie der Fisch da rauskommt. Da, Leute, da ist der Fisch, ekelhaft. Nimm ihn raus, nimm ihn raus, den Fisch, der rauskommt. Nimm ihn raus, nur einen musst du essen, genau. Den isst du. Nimm ihn raus. Komm, du Pitsch, Alter, komm. Oh, das musst du essen jetzt, ekelhaft. Jetzt ess das. Momo? Du musst das essen, du musst das essen jetzt, ess. Du musst das jetzt essen, Bruder, ess. Hey, Momo. Du musst essen. Nein, Junge, riechen reicht. Na, als ob, Junge, ess jetzt ein Stück. Warte, warte. Warte. Oh mein Gott, ey. Leute, der wird das jetzt essen, der wird das jetzt essen. Leute, ein Stück ist das. Wir haben gesagt, der Verlierer isst ein Stück. Und vertraut mir, Leute, ich musste das genauso letztens essen. Dieses kleine Stück, dieses kleine Stück, das ist die Hölle. Man kotzt und stirbt davon. Ess doch mal jetzt. Barello, gar nicht, dass du dich jetzt an dein Handy schleichst und weg rausgehst. Ess das jetzt. Ey, die Leute sagen, das ist zu wenig. Nimm mal ein richtiger, genau. Nimm mal ein richtiger. Genau, das isst du, ja. Das ist gut. Das Stück ist gut, Leute. Voilà, das ist gut. Ess jetzt. Ess jetzt, du musst. Runterschlucken. Ey, vor Kamera runterschlucken. Ess jetzt, ess jetzt. Verkata? Pixel warった. Pixel waritter. Pixel warot. Ich bin Polish. iscsverbs. Jusنра. Was ist ja mich?